Hallihallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 9 mit dieser geilen Musik. Was hast du? Hast du schon gehofft? Das habe ich ja im letzten Part schon gesagt. Du, 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 du. Girl, bist du des Wahnsinns? Na warte. Du kleiner Mieter. Was denn? Hey alter, scheinst die Truppe ja irgendwie veräugert zu haben. Als ich sie vorhin ansprach, da reagierten sie überhaupt nicht auf mich. Elender Keil, du warst doch der Auslöser dieses ganzen Unglücks. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich werde diesen Keil sofort ruhig stellen und uns auf den alten Kurs zurückbringen. Es dauert nur einen kurzen Moment. Was ist geschehen? Jaja, was wir gerade gesehen haben, war anscheinend noch ein schwarzer Tenor. Also, der dritte. Ja, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen lay mit drei Tenoren. Vivi, bist du in Ordnung? Ein Knirps wie du, war es also, der Nummer zwei erledigt hat. Das hätte ich mir nicht träumen lassen gegen mich. Nummer drei hast du jedenfalls nicht den Hauch einer Chance. Prinzesslein bleibt da, wo du bist, bis ich diesen lästigen Steuernfried aus dem Weg gerund habe. Oh je, was soll das? Wollt ihr ihn etwa verteidigen? Das finde ich saunheiß. Wie diese Marionetten halt zu ihm halten, weil er so ähnlich ist wie sie. Was ist das? Diese willenlosen, erschaffenen Marionetten handeln selbstständig und wollen auch noch diesen Rotzlöffel in Schutz nehmen. Das bedeutet schon mal, dass diese Viecher anscheinend einen eigenen Willen entwickeln können, obwohl sie eigentlich willenlos sind. Geht beiseite, oder wollt ihr euch etwa mir widersetzen? Ihr Missgeburten, was fällt euch überhaupt ein? Mit seinem Blitz haut er die alle weg. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Baby, nein. Nein, tu das nicht. Lass das sein. So, jetzt nehme ich, ja, ich muss so ein bisschen aufnehmen. Und dann kann ich auch noch schneiden und rendern und hochladen. Nein, ich muss halt das Super Mario 65 noch hochladen und sonst eigentlich nix. Hast du das gesehen, frag ich? Habe ich, sag ich. Unsere schönen Schwarzmagiersoldaten, sag ich. Unsere schönen Schwarzmagiersoldaten, sag ich. Alle vernichtet, sag ich. Schuldest du dieser Verleiter Steiner, sag ich. Na nun? Nimm sofort den Steuerknüppel wieder in die Hand, sag ich. Nummer 3 kommt zurück, sag ich. Wirklich, frag ich. Hurra, sag ich. Aber irgendwas stimmt da nicht, sag ich. Er scheint außer Kontrolle zu sein, sag ich. Ich sagte doch gleich, wir haben ihn zu stark gemacht, sag ich. Und was sollen wir jetzt machen, frag ich. Wir hauen besser ab, sag ich. Wir ziehen uns zurück, sag ich. Abgang, sag ich. Abgang, sag ich. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Fall zu vernichten. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Fall zu vernichten. Ja, das wird vor der geile Rap-Battle, was weiß ich. Oh, jetzt kommen noch gar keine Katzen. Man kann schon das Südentor sehen. Äh. Falsche Stimme. Ja. Das Südentor ist ein riesiges Grenztor, das zum Passieren von Luftschiffen erbaut wurde. Da ist es genau auf Flughöhe errichtet. Aber um es zu durchfliegen, da braucht es schon ein wenig Geschick und auch Mut. Soll ich das besser machen, Lilly? Ich möchte auch bis zuletzt selbst steuern. Äh, ich möchte bis zuletzt selbst steuern. Soll mir recht sein. Aber eigentlich ist dieses Schiff ja nicht für die Passage angemeldet. Wenn wir Pech haben, machen sie uns das Tor vor der Nase zu. Andererseits war die Kontrolle, als wir mit dem Theaterschiff kamen, nicht gerade streng. Naja, wird schon schief gehen, Kapitän Lilly. Flieg uns rein. Danke. Ja, wird schon schief gehen. Der alte Kahn fährt zwar schon beinahe auseinander, aber der Antrieb gibt noch ordentlich was her. Sofort den Kurs ändern. Prinzessin sofort hat Backbord. Dieser Tenor von vorhin verfolgt uns mit irgendeinem eigenartigen Schiff. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber jedenfalls holt er rasend auf. Lilly, der Alte hat recht. Er verfolgt uns. Voller Schub voraus auf das Tor zu. Bist du noch zu retten? Und was, wenn sie das Tor schließen? Unser Schiff hat zwar mächtig Schub, aber dem seinen wendigen Flitzer können wir ihn niemals ausmanövrieren. Wir haben keine Chance, ihm zu entkommen, aber wenn wir es durch Tor schaffen, bevor es zugeht, dann sind wir ihn los, verstehst du? Steiner, gib vollen Schub, Alter. Lilly, halte das Steuerrad genau im jetzigen Reinschlag. Ist gut. Mit vollem Schub und Frontalenkurs müssen wir es gerade noch so schaffen. Mit vollem Schub und Frontalenkurs Vertraue und Frontalenkurs Vertraue und Frontalenkurs Das war's. Das ging sogar ohne Legs, obwohl das eigentlich die eine Cutscene war, die bei meinem Dings immer ziemlich abgespackt hat, die auf der Playstation zuletzt auch nicht mehr so gut funktioniert. Und das Südentor, das scheint jetzt recht etwas kaputt zu sein. Oh, ich hab aus Versehen auf Pause gedrückt. Hallo, anderes Frachtschiff. Ja, ja. Okay. Und damit erreichen wir auch schon den nächsten Ort. Womit wir dann nächste Woche auch endlich mal wieder Tetra Master spielen können. Oder noch ein... Ja, ja. Dann können wir nächste Woche wieder Tetra Master spielen. Endlich mal wieder. Ist ja jetzt so oft ausgefallen. Gut. Sieht aus, als könnte man mit dem nicht mal mehr eine Tasse Tee warm machen. Hey, was habt ihr denn alle? Schweigt nicht so betreten vor euch hin. Diese dritte Tenor sind wir jetzt auch los. Wie wär's also mit ein bisschen Freudenjubel? Das Südentor ist wohl für eine Weile außer Betrieb. Sieht dann... Habe ich... Habe ich etwas Schlimmes getan? Ach was, die Lindblum'schen Ingenieure haben das Tor nun wieder repariert. Alles bestens. Gar nichts ist bestens. Das Schiff fliegt gleich auseinander. Und vom Südentor rede ich erst gar nicht. Wie konnte ich nur in so etwas verstirkt werden? Die Musik ist auch geil. Wie heißt die nochmal? Keine Ahnung. Gemeinsame Sache mit einem Räuber. Steiner. Jawohl. Ich wollte euch nicht... Ich wollte euch nicht in all das hineinziehen, aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich danke euch. Prinzessin, was redet ihr da? Ich bin eures Dankes nicht wert. Mein Entschluss steht fest. Bis der Tag unserer Rückkehr in das Schloss kommt, weiche ich nicht von eurer Seite. Lilly, bist du sicher, dass du das willst? So wie der sich anhört, bleibt er bis ans Ende aller Tage wie eine Klette... Klette... Bleibt er bis ans Ende aller Tage an dir wie eine Klette kleben? Danke, Sidan. Da vorne ist schon das Vordertor Lindblums. Ja, Vordertor. Südentor, Vordertor, Nordentor. Ist das das Schloss von Lindblum? Leichtgewaltige Ausmaße. Nein, so sagt der Lilly, weil sie dann kommt ja aus Lindblum. Das liegt daran, dass die gesamte Stadt sich im Inneren des Schlosses befindet. Oder hat das doch Lilly gesagt? Wenn wir in Lindblum angekommen sind, dann ist das wohl die Endstation meiner Reise mit Lilly. Oho. Schade, wo wir uns doch schon so nahe waren. Sie dann? Ich und diese Schwarzmagie, oder wie die hießen. Glaubst du, ich bin einer von denen? Meister Vivi, was redet ihr denn da? Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, dass es euch so sehr zu denken gibt, aber... Nein? Ihr seid... Ihr seid ihr, Meister Vivi. Und die sind die, oder ich mich etwa. Warum nehmt ihr euch das überhaupt so zu? Wahnsinn, der Alte hat... Wahnsinn, da hat der Alte ja sogar mal recht. Hm. Was auch immer kommen mag. Vivi bleibt Vivi, oder? Oh, okay. Los, Vivi. Wir gehen an Deck. Sich in... Sich Lindblum von Deck aus anzusehen, ist ein Anblick sondergleichen, glaub mir. Los, schnell. Wir sind schon fast am Himmelsdrachentor. Dem Haupttor Lindblums. Wir sind schon fast am Himmelsdrachentor. Wir sind schon fast am Himmelsdrachentor. So, und ich habe schon ein bisschen überzogen, deswegen werde ich auch gleich einen Cut machen. Ja, an dieser Stelle sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann Leute und tschüss.